Das Hotel Emilia liegt in Placias in Creta. Das Hotel Emilia ist beliebt unter den Gästen. 80% empfehlen das Hotel weiter. 12 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 12 vorhanden vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail. Sport und Unterhaltungsprogramme Die Sport und Unterhaltungsprogramme sind in diesem Hotel fantastisch, was sich an der besonders guten Bewertung von 5,7 von 6 Sonnen zeigt. Lage und Umgebung Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Sehr gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,5 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Die Gäste fühlen sich wohl in diesem Hotel. Zustand und Sauberkeit des Hotel werden mit 4,5 Sonnen bewertet. Service Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,2 von 6 Sonnen vergeben. Zimmer Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,1 von 6 Sonnen. Gastronomie Es sind zwar keine Sterneköche am Werk, aber für eine solide Wertung von 3,4 von 6 Sonnen hat es gereicht. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.